so einmal flitschen rein da mal gucken das hat ja auch noch mal gestartet war das die oder was doch die andere dieses komische loch noch weiß ich was das war noch hoher loch es war doch indifference als nächstes kommt doch die andere das war ein stuhl mit einer holzplanke davor lag ich glaube es geht von vorn los sieht so aus indifference was definitiv das war das mit dem iphone der bau mir gehört am anfang ach wie das war das nicht doch nicht fliegt das ist falsch so Das war Indifference! Ach Gott! So jetzt, so hier, beitreten, die, so rein damit. Ach ne, das war doch nicht gerade. Ne, wir haben gerade ein Fliegtchen. Verarsch mich nicht! Funktioniert aber so schön. Da haben wir die Tür, okay. Wir haben die drei, oder? Das heißt, wir haben noch drei. Alter, dieses Kabel, ne? Ich hing gerade unterm Fuß fest. Ich war gerade so erschrocken, weil irgendwas ist unten an meinem Fuß. Oh, Junge. Warte. Wo war das? Den haben wir? Den haben wir. Hä? Das ist irgendein Lagerraum. Den haben wir oben. Den hast du. Wir haben noch, das fällt mir gerade ein. Das war eine voll komische Position. Unten im Keller war diese, äh, war diese, diese Treppe, diese Leiter, oder was das war, die da hoch zu diesem Lüftungsschacht geführt hat. Ja. Wo stand das später im Spiel verfügbar? Oder, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um da runterzugehen, stand da. Weißt du, der ist jetzt im Kopf? Das ist nie. Man kann gucken gehen, aber ansonsten. Ich will das nicht mehr. Nee, das bitte. Das ist nicht. Nee, hier war das nicht, wo war das denn? Nee, andere Seite. Wir kommen erst mal zur Garage. Dann kommt noch andere Seite, wo das wirklich. Okay. die garage ist sonst irgendwas was im auto drin das problem geht nicht aber also vielleicht weiter oben ja da war da gerade irgendwas oder dachte ich 3 oha irgendwann special oder was kommen wir uns auch wieder sagen das ist der Griff den wir gefunden haben oder diese eine zündung an diese luke mit diesem zeichen wo ist die acht dann wird das das sein jetzt das ist noch so eine komische allerdings matroschka matromat das ist die schleife lichter an so gehen die da oben das ist schon ordnungsgelöste funktionierter mann alter weißt du wo man das glaube ich zusammenhängt den rahmen ja denke ich weil jedes mal als wir den neuen rahmen gesetzt haben und wir dort vorbeigelaufen sind wurden die größer das heißt die aufgabe muss jetzt eindeutig sein dass wir die rahmen finden wir hatten doch war meine karte irgendwas gefunden nach hat doch diesen ring vielleicht müssen wir diesen ringer nur einsetzen das will ich jetzt nicht alter welchen wo hat denn diese rahmen da kommen die alle hin jonas ja dann müsste ich 222 mit bösen augen zwei ohne böse augen eine tür dahinter ja wer macht nicht als der scheiß badefohr Uuuuh Oh Gott Entverstanden, rapide ab Transrapid Okay, dann welchen Schlüssel? Wir wollten den Schlüssel nehmen Welchen Schlüssel können wir doch einen nehmen Ach ja stimmt, wir haben ja gerade den Kapitel gestartet Dolores Kapitel Ich bin dumm Ein seltsamer Traum, aber guck mal was gerade weggegangen ist Ja, weil das bestimmt mit dem Rahmen zusammenhängt Ja Vielleicht ist das Rahmen auch irgendwas anderes, ich hab keine Ahnung So nass, damit könntest du interagieren Das ist nicht gut Nee Das macht's nicht besser Bitte nicht gut Oh, Schu Oh Hier ist das Kabel Äh, hier, hier bin ich doof, hier stand grad der Spiegel Magic 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 Nee, 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 der fahrs jetzt nicht noch mal hier rein, komm, du Ähm Hast du gesehen, wa? Spieglein, Spieglein an der Wand Wer ist die schönste im ganzen Land? Ich Ich Weiß Was Du das gerade? Nee Da oben steht ein Spiegel Das ist jetzt so der Moment, wo ich mir auf einmal wieder Urplötzlich Oh, ich Langsam wieder keinen Spaß mehr an dem Spiel Haha Ja, ich auch nie Das ist aber auch so assi mit den Lichtscheitern die ganze Zeit Ja 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 Alter Also ich bin für eine Petition, dass wir dieses Spiel hier aufhören Also ich bin für eine Petition, dass wir dieses Spiel hier aufhören Ich bin für eine Petition, dass wir dieses Spiel hier aufhören Jetzt nur noch nie Äh Du hast schon so auf dem Dachboden Alter Alter Der Was? Der Stuhl bewegt sich Das ist ja auch ein Schalko Stuhl Jaja, aber normalerweise, wenn da keiner drin sitzt, sind die Dinger ruhig Im Normalfall Das komische Fake oben irritiert mich aber auch im Bild Minimente Untertitel Wenn Und Das ist ein scheiß Schaubelstuhl. Ach du kacke Gott Das war aber der Mann Das war ein Weiß wer oder was bist du? Warum bleib hier? Das ist der Typ. Ja, aber Wo ist... Äh? Alter, der hat mir grad... Ich war grad... Oh. Bleib mal hier du. Der hat gebeludet, hast du gesehen? Hm. Hhhhhhh Safe Roam Raum. Safe Ro- Sicher? Put us down. Corona Nein. Safe Roam Da scheint die Dolore zu sein, ne? Das ist jetzt Safe Roam Ja Oh nein Zu Brecheisen Na ha Die Dachbogenstange Doch, es ist ein Brecheisen Ich hab dir grad grad zugemacht. Warum? Warum geht ihr beim Hacking bis So, dann geh ich grad in die andere Richtung zuhör auf Alter Du Lurie ist Kapitel, ne? Das wird ja Jetzt ist eine Freude hier du Du hörst Schritte auf dem Dachboden Du hörst Schritte auf dem Dachboden Ein Glück wohne ich am elften Stock Gut scheiße wärst du hörst Schritte auf dem Dach Das wäre vielleicht dann auch ein Glick ins anderes Arbeiter Was war das? Warum boah das? Weißt du, wie man das Spiel ganz einfach lösen könnte? Alt und F4 Oder? Oder du nimmst einfach einen Stein und schlägst die Tür vorne ein und rennst weg Oh Oh Alter, 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 Alter Warum? Ist da ein Fuckin Babybett Als der auf dem Behälter steht Was? Sonne und Tee Sonne und Tee Sonne und Tee Das ist ein alter Schaugustur. Okay, vielleicht ist aber hier oben noch was, bevor wir jetzt sofort runterspringen. Gehen wir noch mal raus? Wir waren vor uns kurz draußen. Aber im Freien. Scheint nicht so, oder? Ist Schnee. Die kann ich nicht öffnen. Alter, die Zones. Das ist... Alter, das war esbar. Sehr alt. Du alt. Das Fahrzeug ist fast leer. Nein. Aber hast du eine richtig Geschichte? Ich habe es bis jetzt noch nicht gemerkt. Oder? Oder du? Diese Bilder machen mich überall körre. Das ist das Schlafzimmer der Eltern. Wir kommen... Wir sind am Schlafzimmer der Eltern rausge... Komm. Aber von wo wie... Von... Vor wie vielen Jahren? Weiß ich nicht. Nein, ich glaube... Hey. Kamera und Feuerzeug da drin... Oh, und dann guck mal auf den Boden, Jonas. Ah, das sind Blätter. Ich dachte, das sind aus Augen. Was? 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 Das sind Zahlen einfach nur... Lager... Was? Lagerbarer, wichtiger Gegenstand. Ein wichtiger Gegenstand... Äh... Wichtige Gegenstände, die mehrfach verwendet werden können, kannst du in der Welt lagern. Achte auf die... Achte auf deine Umgebung und diese Lagermöglichkeit zu finden. Ach, wie das... Wie unsere Kassetten halt. Zahlen. Ach, ungerlich freigeschaltet. Georges Andenken. So, ja. Zahlen. Nur, nur Zahlen. Na dann. Mal gucken. Dolores'e Symptoms are aggravating. Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia, and more. I don't know what to do anymore. It feels like the treatments are only making things worse. Today she told me she often hears her own voice whispering a sequence of five numbers through the baby monitor. She said it's the key to her inner house. What does that even mean? What am I supposed to do? Ja. Bipolare Störung. Aber für fünf Zahlen. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht sind das hier auch nur, nur fünf Zahlen. Ja, hier 5, 0, 3, 7, 3. 5, 0, 3, 7, 3. 5, 0, 3, 7, 3. Doch, das sind immer 5, 0, 3, 7, 3. Sollen wir uns die vielleicht merken. Na hier 5, 0, 3, 7, 3. 5, 0, 3, 7, 3. 5, 0, 3, 7, 3. Ob ich mir wenigstens das in diesem Spiel mal merken kann. Also nur die Kamera und das Feuerzeug reflektiert. Äh, Spiegelzeug. Sieht aus als würde da etwas fehlen. Aber vielleicht steht da zu den Larch. Vielleicht nicht? Ja. das war doch dolores ich gehe davon aus sagen wir haben jetzt zum leben die kassette raus stecken die hier wieder rein 1 ok teile zu füllen ich weigere mich das anzugucken wer ist nicht drin ok aber vielleicht gibt es ja hier noch irgendwo ein anderes guckloch welch hängt auch noch so ein bild schief ich weigere mich nicht naja das machen gern mal entwickler so dass das heißt dass du nur eine gewisse zeit durchgucken muss das was jetzt schlimmer der blutige vorhang oder was das war was er gerade hier kann ich mich mit dem wir bewaffnen bitte schade hier 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 ist hier 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 was noch die zeitung guckt 50 373 da hat uns der vater auch vor uns lang geführt naja also george alles das stück darm oder was verstanden ab weiter wir kommen in unserem safe room ist das widerlich rutscht die rutscht die rutsch das ding ist aber auch kein feuerzeug meine aber weißt du woran mich dieser gang erinnert nein woran die fette tresortür vor uns na gut das ist doch klar oder dass wir da lang müssen also irgendwann da lang kommen weil das war durch die sequenzen geben ja das ist ja ja genau spieglein spieglein hier im kreis was soll das hier für ein scheiß da steht eine die ist gegangen da ist sie das ist anscheinend doloris noch mal weiter im kreis das scheint mir wie nachdem ich glaube ich krieg hier gleich ein ganz böses gefühl das ist der einzig zerbrochene spiegel es ist nicht die frage ob es passiert sondern wann es war es warum man warum man die spiegel eigentlich alle an der gleichen stelle in fleck vielleicht müssen wir uns auch um ich will mich nicht umdrehen ich werde mich auch nicht umdrehen ich werde mich auch nicht umdrehen gl richtig gl 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 Ich weiß nicht, was ich hier ist, was ich hier ist. Amen. 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 Amen.